Ausdrecht in Texas. Ein neuer Fussi-Film mit dem geheimnisvollen Reiter. Hey, lass die bloß! Was willst du denn von uns? Das geht dich nichts an. Noch einmal. Bin schon. Ja, jetzt. Wusch, 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 wusch. Au! Hast du Angst? Ich gehe nur auf Nummer sicher. Und ich würde dir dasselbe raten. Ich denke nicht daran, jetzt abzuhauen, wo man hier so leicht Geld verdienen kann. Ich bleib hier. Wie immer, harte, spannende Kämpfer. Hey, Gorben! Auf der Humor. Kommt nie zu kurz. Also, stimmt denn, Jammaschinken. Hehehehe. Eins, zwei. Meisterschütze. So. War sowieso sauer. Auf Jungs, los geht's! Du bist der geheimnisvolle Reiter. Gibst du es zu? Ja, dir schon. Ich hab' dir was zu sagen. Halt, ihr Ganoven! Keine Bewegung! Immer mit der Ruhe. Wenn ihr keiner verpasst kriegen wollt, haltet die Porten still. Du alter Chausseegraben-Lauser. So einfach geht das nicht. Haustrecht in Texas. Ein Film, den Sie sehen müssen. Tut mir leid, Sheriff. Aber weiter geht's leider nicht. Und noch eine Überraschung für Sie. Die großartige Wildwestmusik. Wie weit bist du von? Ich hab' sie abgerüstet. Was jetzt? Bis auf einen bringen wir sie alle zum Mitschen. Ich lass' dich laufen, damit du Graham Curly sagen willst, sie sind die Nek- auf dem. Die Nek-